Ach, komm schon. Trinken. Okay. Truhe ist echt. Grauer Brocken. Sonst nichts weiter. Huidi doidi. Seele eines stolzen Kriegers. Es kommt mir im Moment keiner entgegen. Dann kann ich ja erstmal zu diesem Brunnen hier. Roter Augapfel. Kommt schon wieder einer. Ihr seid wohl ganz schön belieb, wa? Okay. Wenigstens ein bisschen Stille. Ganz ruhig. Da sind die Drachen. Ob nicht jemand gehört? Nee. Oh Gott. Geschafft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das ist der Fahrstuhl, richtig? Richtig. Damit kommen wir wieder nach oben. Abgesehen davon, ich möchte noch nicht nach oben. Ich will erstmal weiter gucken. Und ich möchte auch nicht ins Drachental. Na, kommt niemand? Hallo? Ist hier jemand? Woa. Woa. Treffer. Versenkt. Woa. Okay, ganz ruhig. Wir haben noch 15 Flaschen. Das wird schon. Und eine Tür. Die nichts weiter ist als ein Durchgang. Solange du der Einzige bist, soll es mir recht sein. Geschafft. Gott. Gott, sind wir gut. Ich hab dich schon gespürt. Im Nacken. Komm her. Irgendwas hat gerade seinen Fühler nach mir ausgestreckt. Was war das? Du. Ich bin eine komische Masse. Ich kann mich kaum bewegen. Ich muss mich heilen. Ich muss mich heilen. Geschafft. Bin zwar wieder eine komische Masse, aber ich taue langsam auf. Wie auch immer du warst, du bist weg. Heilen. Dich hab ich auch schon wahrgenommen, mein Freund. So, ist schön. Ein Schlag noch und du bist weg. Ah, grauer Brocken. Sehr nice. Menschlichkeit. Da oben ist noch mehr. Gibt noch so viel zu erkunden in Neulondo. Unglaublich. Hier waren wir schon. Das heißt, wir sind jetzt einmal im Kreis gelaufen. Na, sehr schön. Wieder raus. Und sterben. Ja. Die Frage ist, wo sind wir denn bitte in Neulondo noch nicht gewesen? Außer bei den Drachen. Sonst waren wir doch überall. Neulondo ist also durch. Hey, Schlankentypi. Muss ein paar Dinge verkaufen. Hallo? Nein, nein. Ich bin gut. Ich bin gut. Gut und weit weg. Tritt mich nicht wie ein altes Wunderschlauch. Ich bin glücklich, um zu sehen. Ist es etwas urgentes? Ja, wir haben was dringendes, was wichtiges. Ich möchte nicht nicht teleportieren. Nein, ich möchte Gegenstände verkaufen. Und zwar Rüstungsteile, damit ich mir das leisten kann, was ich vorhabe. Ach, noch irgendwas doppelt. Doppelt und dreifach. Ne, sieht gut aus. Okay, Ringe sind sowieso nicht doppelt. Aber Waffen. Ganz viele Waffen. Pickaxe. Blitzspeer, Speer, Flügelspeer, Partisane. Das sind alles verschiedene Dinge. Die möchte ich ungerne verkaufen. Drachentöter, Großbogen. Schild Rot-Weiß. Das kann weg. Wir haben zwei Spinnenschilde. Es reicht eins. Okay, das war's schon. Farewell, Joe. Jojo, bis nachher. Einmal bitte die Ausrüstung reparieren. So, kaum noch Seelen übrig, aber es hat sich doch gelohnt. Wir haben einiges entdeckt, wir haben einiges gefunden. Mann, oh Mann, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt als nächstes hin soll, wenn Neulondo fertig ist. Ich möchte mal was gucken. Teleportieren. Archiv des Herzogs. Ach, guck mal, wir haben wieder ein neues Leuchtfeuer. Tochter des Chaos. Da möchte ich jetzt mal kurz hin. Und mir was angucken. Moin, Püppi. Hinter dir kann ich nicht lang. Nee, sah eben grad so aus. Da läuft der schwarze Ritter mit seinem Röckchen. Das funktioniert immer noch nicht als Fahrstuhl. Im Drachental könnten uns doch langsam mal um den anderen Drachen kümmern, der da die ganze Zeit vor sich hin gefaucht. Der untote Drache. Dämonenruinen. Schade. Ich dachte eventuell, dass das Wasser, das in den Abgrund geflossen ist, hierher floss, aber war nicht der Fall. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Da ist der andere, da sind die. Da liegt noch Lut. Aber kein Zwiebelkopf, kein gar nichts. Ich suche Zwiebelkopf immer noch. Der ist weg, der ist wie vom Erdboden verschluckt. Und den Meister des Pyromanten haben wir auch nicht wieder gefunden. Hier ist ein Stein. Mir fällt allerdings kein Stein vom Herzen. Nee, das ist alles zu gefährlich. Da haben wir nichts zu suchen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin ein bisschen aufgeschmissen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Die nächsten Gebiete, die wir beschreiten sollen, egal ob das das Archiv ist oder... Er weiß nicht, das hier eben. Die sind einfach nur knackig und hart. Und wenn wir nicht ein bisschen auf Stärke und Beweglichkeit gehen, dann haben wir echt verkackt. Kriege ich was? Nein. Nicht mal ein Wanderflug. Ei, 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 ei. So, hier waren wir ja nur auch schon ein paar Mal. Und hier war es auch zu hart. Da hängt immer noch so ein komisches Vieh. Ist das der Dämon? Sieht so aus. Vielleicht sollten wir doch versuchen, hier durchzukommen. Ich versuche einfach mal an den Leuten vorbeizulaufen und dann da rein zu gehen. Könnte ja irgendwas bringen. Erstmal die, die uns verfolgen könnten. Okay. Einer noch. Bisher kommt der Dämon da hinten noch nicht. Und tschüss. Ach so, hier war ja der andere Dämon. Ach, Dreck. Völlig vergessen. Das kannst du den lieben langen Tag machen. Und wenn da so weiter geht, dann haben wir dich gleich. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh.